Ich hab's im Bad gesehen. Hallo, mein Liebling! Hallo, Schatz! Mh, das ist dir ja mal wieder perfekt gelungen. Tja, mit dem neuen Ofen geht's eben noch besser. Bup, 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 bup. Hallo, Vater! Hallo, Mutter! Ich habe das entscheidende Tor im Finale geschossen. Der ist für dich. Gut gemacht, Champ! Das Preisgeld spenden wir natürlich. Den hab ich für dich gewonnen. Vielen Dank! Darf ich jetzt hochgehen und meine Hausaufgaben machen? Die Hausaufgaben müssen warten. Setz dich bitte. Mutter, du hast dich wirklich wieder selbst übertroffen. Hallo, Vater! Hallo, Mutter! Hallo, Mutter! Hier, mein Zeugnis. Alles eins. Und ich bin zum beliebtesten Mädchen in der Schule gewählt worden. Ganz die Mutter. Dann schön. Du hast dich angekommen, in der Schule gewählt und dich meine Hausaufgaben machen. Du kannst die Welt ein Dramatische Nacht. Du hast dich angekommen, die Luftkab defeat, versuchst du mit dem Gelematschen. Du kannst die Luftkab defeat, versuchst du mit dem Gelematschen. Du kannst die Welt ein Dramatische Nacht. Oh, 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 oh. Für Familien, die nicht perfekt sein wollen. Hey Sascha, Mann, lass den Scheiß. Halt die Fasse, Mann! Und raus, raus! Wie, was war das gerade? Mann, du trickst nicht immer ganz richtig. Wie, was war das gerade? Wie, was war das gerade? Untertitelung des ZDF, 2020